Aua! Ich kann mich nicht wehren, Mann! Ich kann mich nicht weg! Ich hänge fest! Äh, wäre jetzt lustig, wenn ich den jetzt einfach töte, wo ich hier nichts machen kann, eigentlich. Aua! Hallo! Ich bin hier wehrlos, ja? Das ist echt nicht fair, was ihr hier gerade treibt. Ich hänge in einer Textur. Aua! Reg dich ab, Mann! Okay, das war's. Wie blöd! Naja, wir landen ja am Anfang wieder. Oh, nein! Ja, du hast wunderschöne Hände, Junge. Können wir jetzt weitermachen? Ah! What the... What the fuck? Wieso stehen die hier so? Ja, das hat ja jetzt... Das ging ja schnell. Alter, ich hab mich nicht mal hier umgucken können in der Kackhöhle. Ich hänge wahrscheinlich in der nächsten Textur fest. Hallo! Können wir die abgehen? Die rasten völlig aus. Kann ich die anzünden eigentlich? Was macht der da mit der Hand? Hi! Wow, weißt du, du kommst hier in die Höhle rein? Lass mich doch hier rüber, komm! Ich bin doch schon hier oben, Mann! Ich glaub, es ist nicht gewollt, dass man hier oben lang geht, aber... Darunter bin ich jetzt eigentlich auch nicht gerade so. Los! Lass mich hier rauf! Los! Los! Was? Du Kack-Textur! Warte mal. Das funktioniert. Vielleicht mühselig und langsam, aber... Ei, 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 ei... Guck mal, dass ein Fleischhaufen hier unten einfach liegt, ja. Dann trifft sie leider nicht immer. Der ist ganz schön kaputt. Wahrscheinlich werde ich eh sterben. Es sei denn, wir können die einfach aufessen. Na los! Sterbt! Da guckst du, ne? Junge, da guckst du, wa? Wie hindert die denn? Wann sterben die denn? Wie oft wollen die denn eine Axt auf den Kopf kriegen, Mann? Was ist denn da nicht in Ordnung? Oh, oh. Jetzt traut ihr euch nicht mehr, ne? Weil ihr fast tot seid. Hab ich einen schon erledigt? Ist irgendwie einer weniger hier, oder? Mein Gott, stirb doch! Da kann ich gar niemanden ran. Hat er sich jetzt auch festgebackt? Haben wir uns jetzt alle festgebackt? Was ist denn mit ihm? Oh, der brennt doch schon. Oh, ich brenne. Wieso? Ach, der zündet mich an? Was ein kleiner, hässlicher Arsch, lohe ich! Hä? Hallo, Bild? Also, dieses Spiel ist doch richtig abgefuckt gerade, oder nicht? Also, ich hab das Gefühl, das ist noch ein bisschen unbielbar. Wenn man da sich nicht vier Stunden hinsetzt, ja, und vier Stunden am Stück irgendwie aufnimmt, dann kriegt man nicht viel zusammen hier momentan. Also, ich weiß nicht, vielleicht, hier steht ja, dass es noch acht Tage ist bis zum nächsten Public Alpha Release. Vielleicht warte ich das dann auch ab irgendwie und mach dann so lange was anderes. Na gut, ich werd's jetzt noch einmal versuchen, dieser Endlos-Lade-Screen, der hier am Anfang kommt, aber ich hab das Gefühl, das Spiel ist wirklich übertrieben abgefuckt momentan. Und, ja, ich glaube, so als Hauptprojekt bietet sich das momentan überhaupt nicht an. Vielleicht werde ich das dann zum Nebenprojekt machen, dass ich dann halt nur am Wochenende Forest Folgen habe. Dann hab ich auch nicht immer das Problem, dass ich hier hunderttausendmal von vorne anfangen muss. Ja, ja. Es ärgert mich ja ein bisschen, wenn man so ein Spiel spielen möchte und irgendwie ist es einfach nicht spielbar. Also, ich denke mir immer, ja, wenn man sowas im Early Access kauft, dann ist es klar, dass es da Fehler gibt und dass es noch nicht perfekt ist und dass man bestimmt auch mal irgendwo hängen bleibt oder so. Aber es sollte doch zumindest irgendwie spielbar sein. Ich hatte das Gefühl, am Anfang ging's, aber jetzt, wenn man dann einmal laden möchte... Irgendwie. Ja, wir haben schon mitgekriegt, dass es dauert, bis du lädst. Das wissen wir, Spiel. Ich frag mich, was du da so lange zu laden hast. Aber, bitte. Dum, 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 dum. Badadadum. Ja, dann wird's The Forest vermutlich einfach am Wochenende immer geben und dann suche ich mir ein anderes Hauptprojekt aus, weil das hier macht irgendwie nicht so viel Spaß. Und ich fände es halt auch sehr ärgerlich, wenn wir jetzt hier ein Hauptprojekt haben, was unter der Woche jeden Tag kommen soll. Aber jede Woche müssen wir im Prinzip neu von vorne anfangen. Das lohnt ja auch irgendwie nicht. Und, ähm, solange das sich nicht irgendwie geregelt hat, würde ich sagen... Ja, müssten wir das dann halt einfach zum Nebenprojekt machen, so. Ob denn mein Haus, mein Angefangenes noch da ist, müsste ja eigentlich, ne? Aber wir sind jetzt hier unten, wo wir diese blöde Hütte hingestellt haben. Okay. Warte mal. Ich hätte das gerne in der Hand, danke. Okay. Ich geh jetzt nochmal dahin zu dem Haus, guck mir das an, ob das noch soweit steht und... Vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass die Eingeborenen hier das hören, wenn man, ähm, einen Baum fällt oder so. Weil ich hab das Gefühl, ich wurde immer dann gesehen, wenn ich irgendwas ungenietet habe. Das wäre natürlich richtig kacke, weil man muss hier ja ordentlich Bäume fällen. Man kommt da ja überhaupt nicht drum rum. Und das wäre natürlich blöd, wenn man dann immer total ängstlich ist, wenn man hier Ressourcen haben möchte. Ressourcen wollte ich gerade sagen. Das wäre natürlich richtig blöd. Ich nehme mal hier ein paar Stickys mit, einfach weil hier so viele rumstehen. Die natürlich alle vor meinen Augen verschwinden. Hallo. Oh Gott. Warum ist das so, Mann? Na, ihr seht, das ist ein bisschen nervig. Was soll das, Mann? Ich meine, hier ist das ganze Zeug. Ich kann es nicht abhacken, weil es jetzt sich einfach auflöst. Das ist doch richtig bescheuert, ist das. Das Stickys nehme ich mal mit. So, dann laufen wir nochmal da rüber, gucken, wie es da aussieht. Jetzt haben wir natürlich auch nichts mehr zu fressen. Also, nee, das macht mir irgendwie keinen Spaß momentan. Ich meine, man wird ja wirklich schnell von denen gefunden, glaube ich. Also, man dreht sich nur einmal um und dann sind die da. Das ist natürlich blöd, aber... Gut, das ist eigentlich... Es soll nicht das Problem sein, dass man hier schnell entdeckt wird. Das macht es ja nur spannend. Aber wenn man immer und immer wieder von vorne anfangen muss, dann macht es das durchaus zu Problemen. Dann ist das nämlich schon ziemlich nervig. Wenn man dann andauernd auch noch entdeckt wird. So, sieht nicht so aus, als hätte das hier irgendwie meine angefangene Hütte auch gespeichert. Nö. Natürlich regnet es auch erstmal wieder fett. Aber Hauptsache, das Ding hier steht noch, ne? Weiß es gar nicht. Ich dachte gerade, das wäre das Lagerfeuer, was wir angefangen haben. Okay. Dann stellen wir das erstmal hier hin. Das Lagerfeuer. So. Ja, jetzt brauchen wir wieder... Ne, wir haben alles. Dankeschön. Mach's an. So. Zu essen haben wir jetzt aber nichts. Ach doch, das haben sie uns gelassen. Ist ja schön. Ach, ja. Die kam diesmal von da oben, ne? Also, ich glaube, so richtige Routen oder so haben die einfach echt nicht. Das gibt es hier scheinbar nicht. Huch, jetzt hat er das schon gegessen. War das schon durch? Naja. Denn letztes Mal waren wir ja hier echt lange unentdeckt. Muss man ja mal so sagen. Das heißt, die gehen wahrscheinlich wirklich einfach, wie es beliebt. Achso, halt. Bevor ich das mache. Bin ich jetzt blöd? Alter. Was ist denn mein Lagerfeuer? Bin ich jetzt blind? Habe ich das nicht eben hier irgendwo hingestellt? Alter, was ist denn mit diesem Spiel? Na gut. Wahrscheinlich bin ich einfach nur blöd. Ne, da wollte ich nicht hin. Oh Mann, oh Mann. Möchte aber gern das Haus haben. Ich bin da, ich bin da eigen. Ich will das haben. Jetzt ist da dieses, der Baum da drin quasi. Egal, den holen wir einfach da raus. Hallo? Stellt er das nicht da hin wegen dem Kackbaum oder was? Meerbaum. Ja, ihr seht, wir machen hier irgendwie immer nur das Gleiche, weil wir wegen irgendwelcher nicht gespeicherten Speicherstände von vorne anfangen oder direkt gecatcht werden oder in Texturen festbacken. Oh Mann. Ah! Hallo? Ich möchte diesen Ast hier. Ast ist gut. Mehr als ein Ast, ne? So. So. Da ist ein Vogel drin. Haha. Der war in meinem Haus. Damit darf ich dich essen. Das ist das Gesetz des Waldes. Wer in mein Haus kommt, darf gegessen werden. Ich versuche so ein bisschen die Bäume zu nehmen, die nicht so sehr die Sicht versperren, weil die Bäume, die die Sicht versperren, bei denen habe ich das Gefühl, dann werden wir halt auch weniger schnell gesehen, ne? Kann natürlich auch alles Einbildung sein. Ich weiß nicht so ganz genau, was sich das Spiel dabei denkt, aber... Och, ne. Da sind sie doch schon wieder. Ich krieg's kotzen. Ist mir jetzt egal. Ich baue jetzt weiter. Ihr könnt mich mal. Oder ich laufe weg. Geronimo! Wo soll ich denn hinlaufen? Das ist die nächste Frage. Ins Wasser? Kommen die Opti ins Wasser gehen? Oh oh. Hört sich nicht gut an hinter mir. Hat's geklappt? Hm. Merkt ihr was? Wenn man die echt so einfach abhängen kann, dann will ich ja nicht gemeckert haben, ne? Die laufen mir scheinbar echt nicht nach. Das ist ja verrückt. Das ist ja mega verrückt. Aber halt auch wieder, nachdem ich den Baum umgenietet habe. Vielleicht hängt das wirklich irgendwie zusammen. Aber jetzt sind die weg, oder? Verrückt. Okay, vielleicht kann man die dann wirklich so einfach abhängen. Muss man halt ein bisschen laufen. Das war auch nicht so richtig geil, weil... Dann die Energie so schnell weg ist und alles. Und ich werde mir gleich doch nochmal so eine kleine Hütte daneben bauen. Einfach fürs Schlafen. Wir müssen ja irgendwie schlafen. Und wir kriegen ja niemals jetzt so schnell 76... Blocks hier zusammen. Ja, aber richtig ab hier. Es knackt aber auch immer so laut. Kann ich verstehen, dass sie das hören. Sind die jetzt echt hier weg? Hä? Ist ja verrückt. Naja. Okay. Zu essen haben wir auch wieder nichts. Ist auch richtig kacke. Aber da unten waren ja immer Häschen und so. Das wissen wir ja jetzt. So. Wo ist jetzt mein Lagerfeuer hin, frage ich mich. Ich habe doch hier vorhin eins hingestellt. Ich habe doch vorhin gebraten da drauf. Ach da. Kann ich das nicht nochmal benutzen? Doch. Wollte schon sagen. Okay. Um. Ich brauche so eine Hütte auf jeden Fall. Die werden wir nochmal eben schnell bauen und dann hier neben so in die Ecke pflanzen. Das mache ich noch, weil ich muss ja auch hier irgendwie abspeichern. Wie viel fehlen noch? Ein bisschen. Ein bisschen fehlt noch. Hier müssen wir Stickies für sammeln. Hier waren doch überall solche. Hier ist noch ein Log. Den nehme ich mal schnell mit. Mein Gott, ist das jetzt schnell dunkel geworden. Hier gibt es Stickies. Alles mitnehmen. So. Ein bisschen fehlt noch. Ich sehe gerade zu wenig. Ich habe die Helligkeit schon so hoch gedreht. Trotzdem nix, Mann. Da ist, glaube ich, nur ein Sticky. Komm her. Danke. Ein bisschen brauche ich aber noch. Ist hier zu wenig noch einer? Der mal wieder verschwunden ist? Oh Gott, hänge ich schon wieder in der Textur drin. Alter, ärgert mich das, ne? Ich sehe halt auch nix. Ja, ich konnte mein Feuerzeug raus holen und mir hier ein bisschen rumleuchten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dann instant gecatcht werde. Da schreit auch schon wieder was rum. Zwei Sticks noch. Kann das so schwer sein, jetzt hier noch einen so blöden Ast zu finden? Ich setze mich mal anders hin. Aua. So, dann sehe ich vielleicht ein bisschen besser. Nö. War Wunschdenken, hat nicht funktioniert. Na, hinten waren halt überall Sticks, daran erinnere ich mich, aber so weit weg hin will ich gar nicht unbedingt. Ah, ich will da nicht hingehen. Ich weiß, dass da böse Kreaturen auf mich lauern. Wow. Aua. Bild du Feuer. Ja, ich habe ja ein Feuer. Ich suche trotzdem noch eben Sticks, okay? Hol doch mal dein Feuerzeug raus. Geht das nicht hier? Ja, mein ich doch. Scheitert das jetzt an zwei Sticks? Willst du mich verarschen? Oh oh. Was ist denn da? Habt ihr das gesehen? Oh nein. Und da. Die haben hier auch Feuer gemacht und so. Oh no. Und ich finde keine zwei Sticks, Mann. Wie lame ist das denn? Okay, die sind da überall im Wald, Mann, und machen selber Feuer. Krass. Das ist krass. Das gefällt mir überhaupt nicht gut. Hör da mal auf zu hecheln. Was hast du denn? Wir suchen doch nur Stickys noch. Dann ist doch gut. Sobald wir die zwei Sticks haben, können wir nämlich nochmal speichern. Vielleicht. Da. Geh kaputt. Geh! Kaputt! Geh doch. So. Zurück. Und dann speichern wir da ab. Ach ja. Ist das nicht herrlich? Na los! Ich will jetzt nicht rennen, weil der ist eh schon so kaputt, der Typ. So, und dann gehen wir als erstes nämlich schlafen. Und zwar genau jetzt. Jetzt. verdad. Dann geht es sich für ein Budget.